Zack! Jawollo! Ich würde ja sagen, Vekirig is back! Alter, Vekirig, Alden! Vekirig gerade super spannend wieder mit den ganzen neuen Ködern. Musste man natürlich, ja, da bleibt einem ja nichts anderes übrig. Da musste man ja ausprobieren, was denn die ganzen neuen Vekirig-Köder so können. Und ich habe hier gerade schon einiges rumprobiert. Ich stand hier auch schon kurz für die Saiblinge oder für Zander habe ich ein bisschen rumprobiert. Und dann hatte ich jetzt auch auf Vekirig geändert und zack! Erstmal wieder eine schön dicke, fette Wolchorenke drangegangen. Das ist schon mal richtig geil. Dann, ja, Zwergmaränen, natürlich auch der Barsch, der bleibt ja nie aus. Wenn man schon mal den geilen Barsch auf der Brust hat, dann ballert der natürlich auch rein. Also, es löpt zur Zeit ganz gut. Und ich teste jetzt hier am Ladoga, am 26er Ladoga, also am Ladoga Nummer 1. Hier an einer ganz klassischen Stelle, denn man sieht da hinten schon die Bojen stehen. Und ja, hier in dem Bereich geht es jetzt hier gerade erstmal ab. Vekirig ja ziemlich simpel von der Führung her. Das kann man auch machen, wenn man nebenbei ein YouTube-Video guckt oder zack! oder in den Stream guckt oder so, ganz entspannt, ballert da immer mal wieder was rein. Und man ändert einfach so zwischendurch die Köder. Nimmt man mal die Farbe, ballert rein und testet. Ganz simpel, so weit rauswerfen, wie es halt geht. Man muss eben gucken, dass man einen passenden Haken und ein passendes Gewicht findet. Primär nutze ich gerne die Wecki-Haken bis zu einer Größe von Nummer 6, also Hakengröße 6, weil man damit die meisten Wecki-Würmer verwenden kann, beziehungsweise auch die fängigsten und gängigsten. Allerdings muss ich ja auch sagen, die Volchorenke, die ich gerade gefangen habe, der schöne Brocken, der ging tatsächlich auf dem Einserhaken. Und einen ziemlich großen Wecki-Wurm. Also auch das kann man zwischendurch mal testen, aber da ist dann die Frequenz deutlich geringer. Und ihr seht schon das Rumgehampel, was ich hier eigentlich gerade die ganze Zeit mache. Das heißt, zwischendurch mal drehen, dann wieder mit der rechten Maustaste einfach hier den Wurm wieder ein bisschen hochziehen, so ein bisschen Leben einhauchen dem Ganzen. oder eben auch ganz zack entspannt mit der linken Maustaste immer mal so ein bisschen reinholen und mehr nicht. Ja, und wenn ihr dann eben Fische dran habt, wo ihr sagt, ach nö, jetzt so Zwergmarine und so, das muss ja nur auch wieder nicht sein, dann wie gesagt einfach den Wurm ändern, die Farbe ändern und da natürlich dann versuchen, etwas anderes zu finden, wo man dann wieder mehr Erfolg mit hat. Man kann auch einfach versuchen, hier schön Stück für Stück mit der linken Maustaste einfach ein bisschen reinkurbeln, ganz langsam. Ich mache halt gerne so zwischendurch nochmal dieses Anheben und sinken lassen. Zack, da ist schon wieder was dran. Seht ihr mal, das braucht eigentlich gar nicht lang. Und dann beißt da was. Barsch ballert natürlich gerne mit rein. Barsch ist eigentlich prädestiniert oder Vecchirig. Und Barsch ist einfach perfekt, wenn man irgendwann mal Vecchirig freigeschaltet hat und eurem fehlen irgendwo noch ein paar Barsch-Troffees, dann kann man das super mit Vecchirig probieren. Ja, was gibt es noch für Möglichkeiten mit dem Vecchirig Wurm? Wenn man an einem fließenden Gewässer ist, kann man da versuchen, in der Strömung, also mit der Strömung, ganz langsam einzukurbeln. Das ist am Windenbach, je nachdem, was man für Setup hat, manchmal so eine Geschwindigkeit so zwischen, sagen wir mal so zwischen sieben und elf oder sowas. Da muss man halt einfach mal in Richtung, also gegen die Strömung werfen und dann mit der Strömung ganz langsam einkurbeln. Und dann steht da im Idealfall eben Treibangeln. Also das, was man beim Posenangeln auch hat, dann kriegt man da eben noch die Führung hin mit dem Treibangeln. Auch durchaus eine wirklich gut funktionierende Möglichkeit, Vecchirig zu nutzen. Dann kann man das auch noch verwenden, wenn man hier zwei Routen links und rechts hat und sich treiben lässt an dem Gewässer und man lässt einfach das Vecchirig so ein bisschen mit schleifen oder man macht einfach den Motor aus. Das wurde allerdings alles auch schon ein wenig genervt. Das heißt, so richtig geil funktioniert das nicht mehr. Vielleicht am Donets oder sowas, an solchen Gewässern, wo viel Kleinkram drin ist, da dann eben auch ein bisschen kleinere Haken nehmen. Vielleicht die kleinen Basis-Vecchi-Würmer, die man so am Anfang auch schon direkt bekommt. Und dann einfach so ein bisschen treiben lassen und guck. Einfach mal gucken, was da reingeht. Da wird einfach in der Regel eine ganz bunte Mische reinballern. Nehmt ausreichend Schnur mit. Es kann auch schon mal ein bisschen was Dickeres reingehen. Weil, ja, Vecchi-Wurm ist einfach so ein Allrounder-Köder. Auch hier ja gerade auch schon gesehen, hier ist auch mal zack, eine Sefo mal mit dran oder sowas. Und wenn da eine dickere Sefo dran ist, da ist sie auch schon wieder. Dann kann die halt auch schon mal ordentlich abziehen. Ich bin hier ziemlich grob halt unterwegs, 27er Vorfach. Man kann hier viel feiner rangehen. Deutlich feiner. Ja, und dann ändere ich halt durch die ganzen Vecchi-Würmer. Das sind so die Standards hier alle. Sehr, sehr leicht. Und dann sind ja jetzt hier neue dazugekommen. Und hier sind dann die ganz großen. Aber eben auch hier mit diesen neuen kann man das natürlich ganz gut probieren alles. Hier diesen großen grünen, den hatte ich gerade auch schon dran. Das war gar nicht so schlecht. Ich komme auch gar nicht so weit raus. Aber das ist auch gar nicht so wichtig. Ich lasse ja absinken. Und wir sind hier von der Position her ganz unten. am 18-Meter-Loch. Das heißt also, zwischendurch dann ein bisschen kurbeln. Mal so ein bisschen anziehen. Absinken lassen wieder. Zack. Und dann ist er wieder stramm. Dann nochmal ein bisschen kurbeln. Wieder ein bisschen warten. So, eigentlich so dieses Entspannte. Und da muss man halt auch gar nicht hingucken. Das ist eben das Coole da dran. Einfach so ein bisschen rumzuppeln. Und dann löppt im Idealfall der Lachs. Bei mir sieht es bisher schon ganz vernünftig aus. Hier waren jetzt natürlich noch auf Jig, auf Texas Rig waren die. Und auf dem weißen Maggot hatte ich probiert. War auch ganz vernünftig. Und dann eben der Wechsel hier auf Vecchirig. Da ballert natürlich Barsch rein. Dann aber auch die Volchorenke. Das Teil wird sich auch übelst lohnen. Wir gucken gleich auf jeden Fall nochmal in den Fischmarkt rein. Was das Ganze denn so bringt. Ja, Trophy Zwergmarine. Trophy Barsch mit 2,4 Kilo fast. Richtig schöner Brocken. Alles gerne mitnehmen. Es ist halt wirklich nicht so unwahrscheinlich, dass man hier dicke Barsche mitfängt. Je nachdem wie fett der Vecchirigwurm eben ist. Ist allerdings nicht Primärziel. Barsch ist halt so Standard. Weil er einfach immer wieder reingeht auf Vecchi. Interessant ist es dann eben mit diesen verschiedenen Farben des Vecchirigwurms. Die verschiedenen Fische oder Fischarten zu versuchen oder zu triggern. Und da muss man dann wirklich ein bisschen ausprobieren. Das heißt, man holt sich im Idealfall verschiedene Farben direkt. Und probiert dann so lange aus, bis man auf der einen Farbe jetzt vielleicht speziell eine Fischart hat. Ich könnte zum Beispiel jetzt auch gleich nochmal weiß probieren. Vielleicht gehen da auch noch Zander rein. Wäre halt durchaus eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, oder auch im rötlichen Bereich dann nochmal probieren. Also so probiert man sich dann eben durch. Schön Stück für Stück. Die verschiedenen Farben, die verschiedenen Größen. Und natürlich auch vielleicht so ein bisschen die verschiedenen Führungsmethoden. Vielleicht auch einfach mal ganz schnell und ruckelig. Zack, da ist hier schon wieder was dran. Ja, und das hier sieht halt gerade komplett nach Wurm, äh, nach Barsch aus mit dem Wurm. Das heißt, ich ändere das hier mal. Nehmen wir mal jetzt hier, nehmen wir mal so einen Silberigen hier vielleicht. Ziehen wir den nochmal durch, würde ich sagen. Und danach gucken wir aber auch schon direkt in, lass mal erstmal absinken, in den Fischmarkt. Und gucken, was das Ganze denn so bringt. Die Fische, die Fische, die wurden ja auch ein bisschen gepimpt, auch schon vor Wochen. Das heißt, ähm, gerade auch die, die Renken, beziehungsweise die, ähm, auch die Saiblinge bringen halt ganz gut Kohle rein. Und, ähm, von daher lohnt es sich auch mal wieder hier, auch wenn die Frequenz nicht so riesig groß ist, wenn man hier auch mit einer Rote steht, aber dann machen es eben die seltenen Fische halt aus, dass es sich wieder lohnt und dass man hier ein paar spannende und auch Fische fängt, die man vielleicht noch gar nicht hatte. Das ist halt immer das Coole, gerade am Ladoga hier, die seltenen Fischis, Renken und Co. Übrigens nicht nur hier zu fangen, ne? Ähm, wir hatten das ja auch in den letzten Wochen hier immer wieder Hotspots für die Fische oder hier in dem Bereich. Also man kann sich hier an die verschiedensten Stellen, äh, positionieren und es ausprobieren. Vecchi-Rig natürlich auch, äh, super fürs Ultralight oder Lightangeln. Und, ähm, wenn ihr halt irgendwann Bock habt, kann man sich natürlich auch noch sowas hier gönnen. Die Vecchi-Lar mit Plus auf die Montage. Das heißt nochmal eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass man mit dieser Route jetzt speziell, äh, Trophäen fängt, mit diesen speziellen Montagearten. Also mit diesen ganzen Gummifisch-Kunstköder-Montagearten. So, der schien jetzt mal tatsächlich nichts zu bringen. Die anderen haben alle zumindest noch mal einen Barsch gebracht. Der hier hat jetzt gerade nicht geliefert. Heißt also, ja, wir sind fast eingekurbelt. Ich würde sagen, wir sehen uns am Fischmarkt. So, dann schauen wir doch mal eben rein, beziehungsweise gucken wir gerade nochmal eben kurz ins Café. War da irgendwas Besonderes? Ludoga-Renke ist drin, Volchow leider nicht. Also gucken wir auch direkt in den Fischmarkt rein. Und wir sehen hier allein von den Zahlen her, bei den einzelnen Fischen sieht das doch schon ganz saftig aus. Kann sich alles sehen lassen. Wo ist sie? Da ist sie, die Volchow-Renke, Alter. Du kannst es dir nicht ausdenken. 123 Ocken für 3,5 Kilo Volchow-Renke, Alter. Das schmeckt. Das schmeckt. Wir klicken nochmal eben drauf auf die Volchow-Renke in der Tasche. Wir gucken uns auch nochmal eben hier den passenden Köder an. Wo ist der Prügel? Da ist er. Da ist er. Der W-Stick 5,0, minus 0,2. Also gucken wir nochmal gleich rein. Wie sieht der Prügel aus? Das sind hier die 9. Und dann ist es der 5,0. Das ist, hier haben wir die 4,0. Hier ist er. Und 0,2, das ist er hier doch. Der Grüne. Also mit dem prächtigen Gerät dieses fette Ding rausgezogen. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr krass. Hätte ich auch nicht gedacht, dass er so viel reinbringt. Ich hatte schon mal eine Volchow-Renke jetzt zuletzt am Archipel gefangen. Um die 65 war das. 65 Silber. Das ist natürlich richtig lecker. Und somit kommen wir hier in Gänze in dieser einen Stunde auf 250 Silber. Kann man machen. Petri, ihr Lümmels. Ab ans Wecki-Ricken allen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin. 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 Bis zum nächsten Mal.